Herzlich willkommen, Basic Tutorials Community. Mein Name ist Tobias von der Weltfirma Belkin und ich möchte euch heute gerne was ganz besonderes vorstellen. Und zwar haben wir hier einen Hybrid Wallcharger mit Battery Pack. Und zwar hat er eine 25 Watt Liter, hat 5000 mAh Leistung als Battery Pack, ist für unterwegs sehr gut geeignet. Für UK, Australien oder EU-Plugs. Ganz wichtig, alle unsere Charger haben eine 2000 Euro Endgeräteversicherung. Das heißt, sollte aufgrund unseres Power Supplies jemals euer Gerät liefert, dann haften wir dafür. Das heißt, 2000 Euro Endgeräteversicherung. Und das Schöne ist doch dabei, absolut umweltfreundlich. Es ist aus dem PCR-Material und für unglaublichen 59,99 Euro zu haben, ab nächstem Monat. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg damit, viel Spaß und wir sehen uns wieder im nächsten Jahr. Vielen Dank. Servus.